Und diese Stille, diese Stille, jetzt kommt bestimmt der Schwanz von hinten so, ah, tot. Ist doch nicht dein Ernst, ist doch nicht dein Ernst, Mann. Was ist denn jetzt? Alles gut. Abschiedskomitee. Nein. Nein. Scheiße! Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Freizeit. Sablanka ohne. Flammenwerfer ist komplett leer jetzt, ist natürlich total scheiße jetzt. Fuck. Ach du Scheiße, ey. Oh, das ist aber fies jetzt hier. Ey, dein Ernst jetzt? Dein Scheißernst? Nein! Die Dinger sind alle! Nein! Okay, aber das ist tatsächlich ein fairer, fairer Checkpoint. Vielen Dank, liebes Spiel. Das war wirklich das, das fair. Da muss man mal sagen, danke. Hätten sie jetzt auch nicht machen. Die hätten mich jetzt auch wieder diese ganze Brückensequenz machen lassen können. Haben sie aber nicht, von daher. Danke. So, Problem ist nur, ich kann anscheinend den Flammenwerfer nicht auswählen. Warum auch immer. Warum kann ich jetzt, ich habe keine Waffen. Ich habe keine Waffen. Hey, okay. Aber er steckt die Waffe sofort. Okay, warte mal. Jetzt habe ich wieder Waffen. Das ist ja geil. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Sich kurz mal ein bisschen verschluckt oder was? Okay, so, gut. Na denn, auf geht's. Nur vor mir, ne? Ey, ich sag mal, wie es ist, irgendwie. Also, ich muni der echt mega schnell raus, ne? Pff, unverhältnismäßig. Echt unverhältnismäßig. Also, aber auch cool gemacht jetzt hier, ne? Mit, äh, wie immer von außen wir müssen, ja, ist geil. Ist cool gemacht. Alles klar. Glaubt doch nicht. Kommt doch nicht weiter. Dachte, ich kann jetzt hier wirklich hochlaufen. Aber niente. So, Zero-G. Der heiße Draht. Oh, das ist ja noch wirklich echter... Mann, ey. Die ganzen ekligen Eier, ey. Das ist einfach nur eklig. Das ist einfach nur... Das schüttelt mich. Wo ist einer? Probieren wir mal mit der Pumpkan, irgendwie. Vielleicht... Finden wir da jetzt erstmal ein bisschen mehr Munition, äh, weil ich denke mal, nachher kommt wieder so ein Erien und dann stieg da nur noch mit der Pumpkan oder Unverdaten mit der Käse. Wie jetzt. Wie jetzt. Wie schön. Zwei Eliens, ja? Schön. Zwei. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder was? Alter, ey. Ey, ich kann nicht mehr, ey. Ich rufe hier auf das Harnfleisch. Ihr macht euch keine Vorstellung, was das hier für ein Stress ist. Das Schlimme ist, ey, jetzt kann ich auch noch nicht mal mit der Schatten rumballern, irgendwie. Jetzt sind ja die blühen Wichser hier am Start gleich. Ist hier noch eine Tür? Nee, einen Boden. Was denn? Was? Immer wenn ihr denkt, es ist doch nicht schlimm wie nur gewesen. Kommt noch eine Schippe rauf. Die packt noch eine Schippe rauf. Einfach schau. So, wo, wie, wo sind wir? Wann sind wir? So, die Gitarre müssen wir auch noch hätten. So, okay. Klettern wir runter. Oh Gott, Alter. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Oh Mann. Schön. Nicht gut. Ja, man hat doch einfach gesehen, wie schnell einfach mal der Flammenwerfer leer war. Wie schnell er leer war. So, wir sind in der Werkstatt. Wieso ich mir das jetzt sagen soll, irgendwie wo wir damit jetzt sind. Achtung, Schatz. Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Ich will erst mal die Dröhnung geben hier. Ey, kommt jetzt hier alle scheißnase in der Bahn angeschossen, Alter? Ich bin weiß immer noch zu überraschen. Absolut. Das ist... Man hört keine Klapper aus Schichten. Also erst mal kein Elen. Ey, muss ich jetzt... Kommt jetzt hier eine Bahn? Da kommt eine Bahn. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ach, kommt Leute, ey. Warum... Muss ich jetzt hier Frogger spielen, Alter? Wieso denn? Alter, das ist nicht cool. Nicht cool. Ja, tatsächlich... Äh, will ich jetzt... Nach da kann ich nie laufen, irgendwie. Aber irgendwie muss ich ja da rüberkommen, auf die andere Seite. Okay. Ey, tatsächlich hat jetzt wirklich gedacht, dass jetzt hier irgendwelche... ...bahnen angeschossen kommen. So wie die. Ist ja klar, weil... Ist ja um Gitter... Ist ja klar, dass da eine Bahn kommt. Irgendwie. Ich wusste es. Ey, kleiner Tipp wäre hier gewesen. Nein, natürlich nicht. Irgendwie. Soll es ja nicht spoilern, irgendwie, aber... Ah, das finde ich schon... Das ist jetzt unverhältnismäßig gerade. Wissen ich nicht, ob das jetzt gerade so passt, irgendwie. So, dann warte kurz. Oh, dann muss ich mich da vorne ducken. Muss ich mich da in diesen Graben ducken? Ducken im Loch. Ja, ist ja logisch. Ist ja klar. Wohin? Wohin? Hier hoch? Beweg dich! So knapp! Hier vorne kann man sie nochmal ducken, ne? Irgendwie. Vorne an der Kante dran. Wie viele Nahtoderfahrung hätten sie denn gerne? Ja. Das ist geil, Alter. Wie viele Nahtoderfahrung hätten sie denn gerne? Ja. Schön. Oh, großartiger Humor, Hermann. Großartiger Humor. So, komm, wir probieren es. Hock dich hin. Was anscheinend unnütz ist. Hier vorne müssen wir uns hin ducken. Oder auch nicht. Mann, Alter, die spielen mit dieser beschissenen Erwartungshaltung so krass. Jetzt mal ohne Scheiß. Das Spiel... Tut mir wirklich... Die Ausdrucksweise tut mir sehr leid. Aber das Spiel fickt mich von vorne bis hinten. Wirklich. Es... Da ist keine Pause, Alter. Das... Da... So, ich denke, jetzt lassen wir... Jetzt kommt hoffentlich nichts mehr. Lass uns nicht drauf ankommen, aber ich hoffe. Ach Gott. So, was haben wir denn hier jetzt vorne? Ist das noch was? Nee, haben wir schon. Ach. So, okay. Hier öffnet sich ein Schachtwartungsbüro. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier ist der Gewarzen. Hier ist der Gewarzen. Nee. Das ist der Gewarzen. Ach so. Kann ich hier durchbrennen? Hey, jungen. Echt, Dave? Heet das? Probieren wir mal. Okay. Ehen haben wir nichts gekriegt. Aber was... Was sollte das jetzt... Was bringt mir das denn jetzt? Was war denn das jetzt hier für eine Nummer? So, da vorne komme ich mal lang. So, tatsächlich muss ich jetzt aber... ...auf die Pumpgun gehen. Letztes Night nie gekriegt. Tüßig und nichts mehr. Man. Sieht aber sicher aus, der Fahrstuhl. Er sieht aber sicher aus. Jetzt aber schnell an die Leiter. Schnell an die Leiter. Es geht um... Oh, okay. Also, wir sind das ja. So, wir sind das ja. Okay, ich Educate. Ich spiele auch wieder. Wohin? 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 Hierhin? Raus! Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Warnungsbühne. Es befinden sich explosive Wolzen auf der Notentriegelung. Beeilung, der Wasserpult fällt schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. So. 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 So, umsegnischt. Kann Black Screen? Muss so zu sein? Nein, echt jetzt? Was denn das jetzt für eine Scheiße? Denkt ich nicht. Okay, wenn wir jetzt nochmal, wenn ich aus dem Spiel jetzt nochmal raus gehe und nochmal neu starte, irgendwie nimmt er das denn als Checkpoint? Ist das ein Checkpoint gewesen? Dave? Was meinst du? Nein, nein, ja. Dann probieren wir das mal. Ne? 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 So, warum ist er jetzt hier in diesem beknackten Screen? Ich bin super müde, aber ich werde euch in einer Stunde der Not nicht alleine lassen. Danke dir, Dave. So, ich mach mal eins kurz, eher noch mal eine Tastenkombi, wie ich das Ding auf Vollbild schalte, weil ich hab ansonsten, sonst die... Ah, okay, alles klar. Davon hat hier niemand. Ich atme ein. Ich will starten. In Isolation. Ich will fortsetzen. Ey, daumendrücken jetzt. Daumendrücken. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich zeige hier gerade die sehen. Wie ist jetzt nicht, weil ich davon helfen soll. Sagt mal bitte weiter. Wenn ich wirks nochmal eins kurz über den vorherigen Speicherstand nochmal versuchen zu laden, aber das sieht mir auf jeden Fall... Das ist komplett dark. Irgendwie kann auch keine Lampen machen, nichts. Hier kann ich mich verstecken. Vor allem probieren. No. Das Interessante ist, dass ich daraus jetzt noch nicht mal ins Menü zugreifen konnte. 41, ja. Nehmen wir den. Oh Mann, ey. Bitte nicht, ey. Okay, gut. Dann probieren wir jetzt diese illustre Szene hier nochmal. Okay. Tatsächlich war jetzt nämlich auch diese ganze Sequenz hier relativ strange. Sollte ich jetzt mich wirklich jetzt an der Leiter festhalten oder solltet ich den Fahrstuhl erstmal abstürzen lassen? Kann ja natürlich auch sein, dass er sich deshalb irgendwie verschluckt hat. Aber wenn ich jetzt runterkletter, ist nämlich der Fahrstuhl weg. Kann ja... Kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie in den Fahrstuhl rin backe. Lass mal kurz los. Wahrscheinlich ist das passiert. Oder? Ne, ich kann dran vorbeiklettern. Bei der Fahrstuhl fällt ja auf mich ruf. Dann probiere ich das jetzt mal. Ich gehe runter. Sie fällt runter. Ich tue sowieso alles weh denn. Ich muss dann sehr schnell aus der Tür raus. Na los, komm. Da sieht schon besser aus. Da sieht besser aus. Sind Sie hier? Bitte antworten Sie. Brittany, ich dachte ich hätte Sie verloren. Sebastian Fuhr zieht uns mit runter. Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen. Und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evapuieren Sie zur Wartungsbühne. Es befinden sich explosive Bolzen auf der Notentriegelung. Beeindruck, wir machen das Wohlfeld schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Runter machen wir, Johnina. So. Der Noten hinterher. So, okay. Alles klar. Wo ist der Weg? Dock-Kontrolle... L? Ja, ich denke dadurch, dass eh alles brennt. Der hat denn hier jetzt noch einen Stuhl reingesteckt. Das geht ja gar nicht. Echt jetzt? Ich kann nicht safen? Oh, jetzt. Schluss. Wenn ihr jetzt wieder in jeden Fall oben kommt. Rastik-Uhrs. Mach schön langsam. Guck dir das alle genau richtig an. Schuss, 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 schuss. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh krass, oh krass, 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 krass. Das sieht mal heftig aus. Das sieht mal heftig aus. Wird ja ein Rentner, aber wir können nicht, wir können nicht. Und die komplette Sebastian-Polrette in die Gasriesen gezogen. Und damit auch die Torrens, unsere einzige Chance zu entkommen. Zum Abschluss des Rundgangs gibt es noch ein Feuerwerk. Absolut. Ja, man lässt sich ja auch nicht lumpen. So, warte mal, sollen wir hier lang? Sieht so aus. So, alle mal am Ort! Heißt aber auch, weiß ich nicht, würde ich ja nicht, also, du benutzt ein Schienfahrzeug, tatsächlich. Aber ich weiß ja gar nicht mehr, ob die Schienen überhaupt noch intakt sind. Oh Mann. Bumm, Alter, einfach rüber. Das ist aber auch eine lange Treppe jetzt. So, also theoretisch, in einem anderen Spiel, würde ich sagen, da oben wartet der Endboss. Der Endgegner. Aber ganz schön schlagseitig schon, ein ganzes Schiff hier. Ich bin hier, Berlin. Es müsste 2.000. Es wird zur Entsperrung der manuellen Entriegelung. Schlüsselkarte benötigt. Eine Schlüsselkarte benötigt? Alter, wo kriegt der jetzt eine scheiß Schlüsselkarte her? Wo ist denn jetzt hier eine Schlüsselkarte? Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh krass, der platiert dann so krass aus. Zugriff auf Schlüsselkarte. Okay, nehmen wir die. So, gib mir die. Wunderbar. Nehmen wir jetzt da rüber. Oh Mann. Schlüsselkarte benötigt. Warte, mh, hätte man jetzt an 2 Sachen was machen müssen? Ah, was? Schlüsselkarte benötigt. Ach, ich bin da doof. Hätte ich da drüben wahrscheinlich dann nur noch mal abnichtbar. Da ist ja klar. Da ist ja klar. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Schlüsselkarte, bitte. So, und abgedockt. Nein, hau ab. Hau ab. Zerstören sie die Bolzen? Wie? Wie? Wo? Wo? Wo ist man? Zerstör die Bolzen. Oh, ist ja nicht nur durch. Macht doch einfach. Macht doch einfach. Die Ehen's kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mann, in nur einer Zeitlupe. Oh, los Mann, beeil dich doch, Herr Männer, bitte. Drück einfach alle Knöpfe. Was soll schon passieren? Ja, was soll schon passieren? Was ist los? Mensch, Herr Männer, macht doch bitte hin. Warum leuchtet der schon blau? Das ist... Das gefällt mir nicht. Warum leuchtet der blau? Ihr habt das eh nach vorne gesehen, was da geklettert ist, oder? Das ist doch jetzt hier nicht zu, dass ich hier alles wegbombe. Oh, komm, komm, bitte beeil dich doch mal. So, und, nun, was? Oh, Gott. Und da ist er, und da ist er, und da ist er. Und da ist der Niese. Ach, leck mich doch. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Oh, fuck, oh, fuck. Leute, und da stürzt sie ab, wie sie was verpulten. Dann, verglüht wie ein Stern. Sind wir jetzt? Rolaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Oh, was? 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 Treffen sie wohl ein bisschen auf der Brücke. Alter! Blüter! Ey, haben wir es jetzt wirklich geschafft? Haben wir es wirklich jetzt geschafft? Rolaine? Ah! Na, schau. Ah, toll. Fuck. Verrecke! Verrecke! Ich sterb' hier tausend Tode, Alter. Oh, krass. Heißt also, Blüter ist ebenfalls tot. Aber irgendwas hat uns gerade gefunden. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ey. Oh. 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 War das ein Krimi? Oh Gott, war das ein Krimi, Alter? Oh. Gleich ist rum. Aber noch nicht. Kann ich langsam meinen Puls wieder beruhigen. Oh. Kongress 7. Oh, Mann. Wupp, wupp. Ey, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Ich bin komplett durch. Ich bin komplett durch. Wirklich. Ich kann euch ja nicht sagen, wie sehr ich am Arsch bin. Irgendwie. Ey, das war ja mal ein Game, Alter. Das war ja mal ein Game. Und ich freu mich schon, wenn Teil 2 Benni spielen darf. Das war ja mal ein Game.